Der SK Rapid Wien hat einen Transfer zu vermelden. Die Hütteldorfer geben Eigenbauspieler Kelvin Arase an den SV Horn ab. Der 19-jährige Wiener wird als Kooperationsspieler an den Zweitligisten verliehen und soll dort Spielpraxis sammeln. Bei Rapid spielte Arase zumeist in der zweiten Mannschaft. Für die Profis kam er nur fünfmal zum Einsatz. Für Kelvin Arase ist es enorm wichtig, dass er auf möglichst hohem Niveau zu viel Matchpraxis kommt. Mit dem SV Horn haben wir hier eine ideale Lösung gefunden, freut sich Sportdirektor Freddy Bickel. Cheftrainer Carsten Janker kennt Kelvin aus seiner bei Rapid sehr gut und wollte ihn unbedingt in seiner Mannschaft haben. Für die Entwicklung von Arase ist dies ein guter und wichtiger Schritt. Wir sind überzeugt, dass er uns in weiterer Folge auch in der grün-weißen Profimannschaft helfen kann. Österreichische Bundesliga – Die Partien des Fünn Spieltagsdatum Heimannschaft Auswehrsmannschaft Ergebnisse 25. August 2018 SCR Alltag Salzburg 2 zu 3 1 zu 2 SA 25. August 2018 Warsturm Graz 1 zu 1 1 zu 0 SA 25. August 2018 SCR in St. Pölten, Austria Wien 0 zu 0, 0 zu 0, so 26. August 2018 TSV Hartberg Lask 0 zu 1, 0 zu 1, so 26. August 2018 FC Admira SV Mattersburg 0 zu 0, 0 zu 0, so 26. August 2018 Rapid Wien-Wacker Innsbruck 2 zu 1, 1 zu 0 Werbung Werbung 2. August 2019